Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leute, mit dem Pauch ist Schluss für heute. Pauchen, Pauchen, macht's doch weiter, ja das Männchen auf die Leiter. Seh und Hinsle und Sehwände, reiche Scherze ohne Ende. Macht ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Wenn du bist, wir kennen dich, doch nur Fahr und Hinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.